Lässig übers Wasser gleiten und das noch bei Nacht? Klingt nicht nur abenteuerlich, sondern ist es auch. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kann man bei einer gemütlichen Runde auf den beleuchteten Stand-Up-Paddling-Boards auf der alten Donau entspannen. Mit ein bisschen Glück wird man die tierischen Bewohner begutachten können. Nach einer halben Strecke gibt es noch ein köstliches Erfrischungsgetränk an Bord. Die Tour führt durch Wien. Zuerst zum Gänsehäufel. Da ist es noch recht hell. Dann geht es weiter zum Kaiserwasser. Wenn es richtig dunkel ist, sieht man große Karpfen und manchmal auch Wälse. Ganz selten sogar auch Hechte. Erfahrungen im Stand-Up-Paddeln muss man nicht haben, denn man kann auch sitzend mitfahren. Alle Infos bekommt man unter Stand-Up-Paddling-Alte-Donau.at. Selbstverständlich aber auch bei den Veranstaltern Michael Flurschütz und Daniela Blamenig.